Willkommen zu meinem neuen Video. Da am Samstag die neue Trendreihe der Box kam, dachte ich mir, mache ich mal wieder ein kleines Unboxing, weil bei der ist es ja meistens relativ interessant. Die Box ist auch noch verschlossen. Ich habe den Karton seit zwei Tagen ungeöffnet hier stehen und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, ihn nicht aufzumachen. Weil die schon ein bisschen neugierig war, was drinnen ist. Und deswegen öffnen wir den Karton heute gemeinsam und gucken jetzt mal rein. So, und ich würde sagen, fangen wir auch gleich mal an. So, und ich würde sagen, fangen wir an. Ich stelle die mal kurz ab. Wir machen zwei Merkungen. Wir gucken uns das erst an und dann zum Schluss. Wenn wir durch sind, dann sag ich was zu dem Motto. Und die Reisrauchen. Ich habe das überlegt, ob ich das auf den Schoß nehme. Aber ich lasse es stehen. Kokoschips. So was esse ich ja eigentlich ganz gerne. Leider, das hat unendlich viel Kalorien. Und dann bin ich schon wieder auf strengster Diät nach der Hochzeit. Wie gesagt, essen tue ich es gerne. Vollwaschmittel. Hat einen sehr angenehmen Duft. Grapefruit, Feige, Sandlholz. Was ich immer an der Trendreiterbox ganz gut finde, dass da auch andere Sachen drin sind als Kosmetikzeug. Und Sachen, die Melchso vielleicht überhaupt nicht kaufen würde. Die sind schon mal ... Aber bei der Trendreter Crowd nehme ich erst mal auf das Jahrspaare. Und ... Und ... Aus campaignen ... Das ist auch ... Beide ... Einigroge ... podiums ... ... ... ... ... Nächste Produkt. Das ist wieder so ein festes Shampoo. Das hier mittlerweile total im Trend ist und ich hatte ja auch mal gesagt, ich habe das mal vor anderthalb, zwei Jahren verwendet und ich fand das schwierig, also wegen der Lenkbehandlung mag das anders sein, aber bei mir, ich fand das nicht so toll, aber ich werde es jetzt wieder mal ausprobieren. Das ist eine Body Lotion. Das ist ein Lilium. Mal gucken. Riecht gut. Riecht sehr gut. Riecht 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 gut. Ein Gesichtsserum für reife Haut. Und D.H. Dann schauen wir mal. Was noch drin ist? Balsamico-Essig. Ich muss ganz ehrlich sagen, den kann man immer gebrauchen. Ich hatte aber letztens einen mit dem Thermomix selbst gemacht. Birkenzucker ist traurig an der Geschichte. Ich vertrage die nicht. Ich glaube, da habe ich schon alle Firmen durch. Ich finde das vom Geschmack her total gut, weil es ein total klasse Ersatz für Zucker ist. Aber ich vertrage es überhaupt nicht. Ich kriege Darmkrämpfe und Magenkrämpfe. Also mindestens zwei Tage speielend, wenn ich diesen Zuckerersatz zu mir genommen habe. Aber geschmacklich ist es eine super Alternative, aber für mich nicht verwendbar. Ich gehe da fast drauf, wenn ich das esse. Ich muss sagen, ich weiß nicht mal, was es ist. Das sieht aus wie ein Putzlappen. Ah ja, ist auch ein Putzlappen. Die kennen mich gut. Dann guck mal bitte, was da drauf sind. Laute Minkas und kleine Katzen. Die sind schon mal ganz gut. Ach ja. Das ist so ein Brotaufstrich, Abendbrotaufstrich. Also nur für abends. Zum Frühstöcke. Ach ja, das finde ich gut. Aus Orangen, ich muss sagen, ich liebe Orangenmarmelade. Und wieder einmal mit dem Ausländer. Das sieht aus, wie ich nicht. Ich bin jetzt in der Überschrift. Wie ist das? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Einmal wie ich in der Überschrift. Ich bin jetzt hier. Okay. Okay. So finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. So. Last but not least. T-Shirt. Find ich gar nicht schlechter das T-Shirt. So. 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 Jetzt schauen wir mal gemeinsam in das Setchen rein, was die Produkte so kosten. So. Einmal meine Brille. So. 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 So.